wieder mal mitten im nirgendwo aber nicht weit weg ja ich denke auch darunter muss es sein ein bunker da ist eine tür auf ja mein zugang die namen ist zwar nicht die beste hier geht es hoch party zu machen holzofen drin couch garnituren ist nicht die beste aber ich versuche es so auszuleuchten dass es geht auf jeden fall waren hier schöne leute die feiern hier auch ganz gut das ist jetzt interessant wo geht es da runter genau ich fahre mal gucken wie weit wir da runter kommen und wo es da hingeht da scheint es richtig tief hier ist noch irgendein gang hier ist ein gang wo geführt er hin da geht es weit rein ja irgendwie geht es weiter nach unten da ist das ende schauen wir mal ja hier ist ein geschoss hier ist schloss verdammt hier ist 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 Stahldecke, nicht nur Trüger, richtig gut dicke. Ja, weiter kommen wir da nicht. Da ist nichts mehr. So haben wir jetzt einen Weg nach oben. Ja, das war der Bunker. Wir können nach außen noch mal kurz gucken. Das ist eine gute Veranstaltung, aber wie stehen die uns mit? Schnell um die Ecke rum. Ja, geteint als Wohnhaus. Da oben noch ein Kamin. Da oben noch ein Fenster, da waren wir in dem Raum. So. Und das war es dann erst mal. Ja, das war es dann erst mal mit dem Video. Okay. Dann mal auf zum nächsten Lost Place oder zum nächsten Tool, die wir jetzt noch vor uns haben. Mal gucken, was das noch erwartet. Tschüss. 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 Tschüss.